gut immerhin haben wir jetzt schon mal da gespeichert so ist ein Lüftungsschacht hoch Vorsicht entscheidet da rauszukommen gehe ich lieber mal weiter was haben wir hier oh natürlich direkt ein Lüftungsschacht mhm fick dich das muss doch weh tun die Hand ist halt nur so zu laufen ey so dann nehmen wir mal kurz hier unten drunter weil hier sind eigentlich bestimmt nicht unmöglich leicht verkehlen wo das Moment ist bei Verwort bin ich jetzt hier richtig ich bin jetzt glaube ich hier richtig Tatsache ok was soll ich noch mal suchen eine Schlüsselkarte hat sich der Schuh gerade bewegt ja also okay Schuhe bewegen sich ziemlich oft sagt mein Kollege kann herknutschen ein kleines Zimmerchen das war ein Witz ich kann er mir mit mir knutschen und auch ab ab ok mal kurz zur Logik das eben gerade das Vieh war ganz da hinten im Raum auf da woanders da hinten hat sich die ganze Zeit nur darum bewegt jetzt gehe ich da rein und was macht das scheiß Alien folgt mir ernsthaft ja wirklich mhm mhm ok aus hier so hier scheint ja nichts von Interesse zu sein so jetzt muss ich mir jetzt einfach nur hier umgucken so wenn es nicht geht aus dem Lüft und Schacht da will ich mir mal erschrecken wahrscheinlich genau so machen immer so von Deckung zu Deckung Kirschen mhm ich bin mal deutlicher du Affe so seht euch diesen Schwanz an gibt es eigentlich männlich-weiblich bei denen wo wo doch eigentlich schon aber immer nur ein Weibchen lassen da war das ist die normalen oh Gott hat der LR sei da äh die Hand war gerade in diesem Teil hier drin okay und jetzt hat sich nichts zu tun machst du auch in der Sonne Seite ey wer du stehst auf du Affe schlösser die von unten in den garten nur so von decken zu decken schlösselkarte in der betriebsalte ist Bild Sonnen ja ich glaube er zurück ich habe keinen Plan wie wenn sie hinten lang Schacht hoch aber das war falsch in diesem Stockwerk gehen Sie zu den Zug Dr. Kuhn der End zurück ich glaube er stirbt gleich also die einzige Verbindung die ich sehe hier raus da rum da rein da lang fertig das ist die einzige Verbindung die ich jetzt sehe da ist zu da hinten ist zu wäre auch ziemlich schwarz nicht wenn ich jetzt von hier nach da hinten rennen würde das wäre ordinär oh ich kenne Wörter wie ordinär ich würde sagen einfach diesen Kreis doch wieder entlang da rein da hoch und dann aber natürlich haben wir kein Speyergeräte zwischen das ist so scheiße also ich habe auch kein Bock jetzt ist ganz wichtig zu laufen jetzt da lang ich darf nicht zu nahen Türen gehen sonst gehen sie auf und das macht Geräusche danke ist das Alien weg der sagt mir soll in den Lüftungsschacht gehen ich will nicht in den Lüftungsschacht gehen ich glaube das Alien ist weg ich glaube das Alien ist weg hat mich vertan das Alien ist noch nicht weg wäre jetzt auch zu schön gewesen so ich habe hier eine Neuverkabelung habe ich hier die würde ich gerne aktivieren vor allem in welchem Raum habe ich die Scheiße jetzt gefunden ich glaube in 29 ne merke ich mir lieber mal jetzt falls ich sterben sollte ich glaube die armen Viecher sind ein bisschen verwirrt und da strom die r folgt die tschüss die aktiven der diese coolen nebeschwaden Nein, nein, das ist nur dreckig, das ist die Luftreinigung. So, Bitches, wo muss ich lang? Das ist ja selber kaum was. Der Pfeil zeigt noch da. Dieses komische Ping-Pong-Teil da oben. Die Scheiße geht nicht auf. Schneller rein, schneller rein, schneller rein. Alter, es ist aus Nervtöten langsam. Anscheinend schickt er mich doch hier wieder lang. Okay. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich muss jetzt hier hinten irgendwie lang. Da rein, das war's. Das schickt mich ganz woanders hin. Oh, das nervt. Oh, das. Fick dich, du Scheißthal! Oh, ich hab den Counter nicht gestartet. Wir spielen jetzt schon wieder 15 Minuten. Okay, hab ich Pech gehabt. Dann spiele ich eine Stunde und muss das selber irgendwie einzeilen. Versuchen Sie nicht vor dem Alien wegzurennen. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aha! Ich bin ein Mann, der selber gerne ausprobiert. Ich schaue nach und gucke. Ich hätte vielleicht eine Blendgranate. Oh, ich hätte eine Blendgranate verwendet. So, jetzt müssen wir natürlich die Schlüsselkarte wiederfinden. Äh, das war im Raum 29, hab ich mich nicht gedenkt, ne? Ja. So. Keine Ahnung, wo natürlich das Alien ist. Was ist das denn hier? Ach so. Wo kommt denn hier raus? Warum komm ich denn hier raus? Stargate, öffne dich! Hm? 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 Ach Gott! Darum braucht die Tür so lange zum aufgehen. Das sieht mir doch egal, ich wette. Oh cool, Glück! Glück, Glück, Glück! Hm? Komm, wir gehen ihm hinterher. Komm, wir gehen ihm hinterher. Ich geh hier hin, okay? Hm? 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 also das war für dieses Ding keine Batterien braucht so was das war echt scheiße alter natürlich meine ganzen Leuchttocke und sowas nicht mehr ne ich würde gerne in Ruhe ein paar Sachen bauen aber das Problem ist dass es wahrscheinlich das Vieh hier reinkommt und so obwohl das Vieh hüfteln das ist die beste Lücke die ich habe wo war das denn jetzt nochmal 28 das heißt gleich nach links runter hoffen dass es wieder da liegt scheiß Vieh geht mir so auf den Semmel alter ja aber zum Abschluss werde ich nochmal drauf ballern stirb 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 Ah, nein, Mrs. Hammer, Mrs. Hammer, Mrs. Hammer! Hä? So. Okay, immer die gleiche Organisation. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schrottelst in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Ciao! Scheiße, ich bin immer auch da. Köcke peinlich.